Hallo, ich bin Jutta Fraas, ich bin Kirchenvorsteherin hier in der Erlöserkirche in Fürth-Dambach und als ich vor fünf Jahren Ja zu diesem Amt gesagt habe, wusste ich überhaupt noch nicht, was auf mich zukommt. Heute kann ich sagen, ich bin stolz, dass ich es angenommen habe, das Amt, denn ich bin an dieser Aufgabe selbst sehr gewachsen. Mein Selbstbewusstsein ist größer geworden und was ich auch noch toll finde, ist, hier in der Kirche, dass man die Kirchenausstattung, dass man im Gemeindeleben, dass man einfach die ganzen Entscheidungen mittragen kann, dass man das gemeinsam tut und auch darüber hinaus. In meiner Amtszeit wurde auch unsere Kindertagesstätte umformiert und umgebaut. In der Zeit werden viele wichtige Entscheidungen und große Entscheidungen getroffen und da einfach teilzuhaben, da ein Teil davon zu sein, ist eine tolle Aufgabe. Es macht immer wieder Spaß in meinem KV-Team zu arbeiten, denn wir finden für die Gemeinde und auch darüber hinaus gute Lösungen und das ist einfach toll. Vielen Dank. Vielen Dank.